hallo schon und willkommen bei warft heute eine weitere folge mit abernten ich bin auch dem master ich habe mich von der insel entfernt und verschwinde jetzt mal langsam so hier sind so wunderbare kleine felder ich weiß ja nicht ob ich noch mehrere bauen kann kann ich aber mal gucken wie es aussieht anbaufläche klein sollte eigentlich hinhauen seile habe ich genug da holz muss ich gucken wie es aussieht aber irgendwie ich muss mal die segel in die andere richtung setzen wenn werde ich das gefühl kommt nicht an so weg damit ich brauche auf jeden fall holz gut und eine menge seile muss mal gucken wie viel hier auskommt so zweimal holz einmal seile kann jetzt weg ich brauche holz dann kann das wieder hier rüber wie viele anbauflächen habe ich zehn stück das ist super gut dann baue ich die zehn anbauflächen noch hin weil es ist ja eine menge platz hier unten wollen wir uns einmal den platz verschwenden ich werde das einmal mal immer so komplett ja so machen hier so die richtung das wird mir gerade eine schöne baufolge werden gut dann habe ich hier hinten noch die anbauflächen die können ja ich werde mal abbauen hier ist er nicht drin ach macht er schon ja ich baue die ja alle abgeklein die baue ich alle in eine reihe und später kommt dann wieder eine reihe dazu das gleiche prinzip wie oben bei den öfen da muss ich mal gucken ich habe doch platz dass ich oben auch noch weitere öfen baue weil der platz reicht ja manchmal nicht und gut heute ist mangelware muss man schauen wie man das hinbekommt ok dann habe ich ab hier angefangen genau etwas unsauber aber egal hier ist der vierter wo sind nur noch die fünf ok dann haue ich die hier drüben hin ähm läufst du mal in die richtung wie ich rein möchte wenn ich das hier dran mache geht das ach so ähnlich geht das auch aber nur bei einer wand gut ich könnte quasi wende rein ziehen und dann wird das auch gehen warum nicht kann man ja mal versuchen gut ich habe jetzt hier die dinger ja dann werde ich mir erstmal die blumen samen holen eins zwei drei vier und erst mal die blumen überall verteilen gut hoch damit dann sind die blumen zumindest hier drinnen mal gucken ob das alles klappt wie ich gerne möchte okay dann muss ich mal gucken hier drüben ich fange mal hier unten an erstmal nur die blumen da die schwarzen ja dann kommen jetzt noch die schwarzen und ich verhungere ich schon wieder das ist ja immer mein hobby okay gut dann ach die blauen habe ich ja auch noch eins wo oder schließt das zumindest gut ab dann habe ich hier kartoffeln die kommen ja auch mit rein jetzt und hier die kartoffeln noch und das hier runter und du kommst auch hier runter und dann ist alles ja dann das ist schön gut die kommen jetzt alle wieder hier rüber das sind alles lebensmittel die dann eigentlich ja gebrannt werden können eigentlich die blumen muss ich mal gucken naja jetzt nicht blumen können hier rein die habe ich schon gepflanzt oder abgepflanzt genau da sind einige draus ja einige sind was geworden und jetzt geht's los und jetzt muss ich auch noch was trinken bevor ich hier verdorste die netze gehen langsam voll sieht gut aus raucht frisches wasser ich aber auch man wegen einem muss ich jetzt erloben ey ok gut wie voll ist das inventar wow ich bin sowas noch näher dass ich jetzt hier alles aufnehmen kann also in dieser richtungsspechse bringt manchmal was wenn die netze einfach nicht voll werden wenn man quasi immer ins leere treibt gut ok dann kann ich jetzt wieder hoch nicht quasi abladen denn ich bin da schon wieder ganz schön voll aber nicht wie ein Eimer sondern wie ja ein volles Gepäck und das Holz was ich vorhin verschwendet habe habe ich jetzt ganz ganz schnell wieder aufgeholt und die Zeile werde ich auch gleich mal aufholen gut dann können die nämlich hier rüber ich habe noch ein Blatt das kann hier rein Plastik war hier irgendwas angefangen weiß ich gar nicht ja hier kann da rein nimmt ja keinen Platz gerade weg ich kann jetzt eigentlich das Plastik na ist egal muss ja sowieso wieder rüber Steinchen waren glaube ich hier langsam kenne ich mich in meinem Inventar aus wird ja auch mal Zeit so dann Segelwänden ich will mal zu dieser Insel hier drüben weil ich glaube wir brauchen etwas schrott erstmal hier grill, 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 grill wo ist denn der? da gut genau die Netze werden voll ich freue mich denn ich kann da wieder bauen ähm Baumplantagen möchte ich weiter erweitern dass mehrere Bäume gebaut werden können und genau da wollte ich hin ich wollte zu dieser Mini-Insel zu dieser kleinen Kack-Insel komm 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 und bei dieser Insel mache ich einen kleinen Aufnahmestopp und melde mich dann auch gleich wieder in der nächsten Folge bis dann noch viel Spaß und Tschüss